Ich unterrichte Gesang. Das ist mir das eine ganze Weile. Und jetzt biete ich gesondert Singen für schwangere Frauen an, weil ich glaube, dass gerade die werdenden Mütter, dass es gerade ihnen sehr viel bringen kann. Schwangere Frauen kriegen ja von jeder Seite her gesagt, was sie alles tun sollen, was für das Kind hervorragend ist, was da unbedingt gemacht werden muss. Ich möchte den Müttern einen Raum geben, in dem sie ein bisschen zur Ruhe kommen können, mit dem sie abschalten können. Das soll unbedingt Spaß machen. Was ich auch noch besonders finde, es wurde nachgewiesen, dass Babys tatsächlich Lieder erkennen können, die ihnen während der Schwangerschaft vorgesungen wurden. Das, was mir meistens Spaß macht beim Unterrichten, ist zu sehen, wie die Schüler Fortschritte machen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder singen lernen kann. Aber viele meinen, sie können das nicht. Und viele meinen, der Zug ist abgefahren. Und das ist ein Irrglauben. Das stimmt tatsächlich nicht. Wenn die Stimme da ist, wenn man sprechen kann, kann man singen lernen. Ich biete mehrmals im Jahr Schnuppertage an. Mit relativ wenig Zeitaufwand, das heißt, fünf, sechs Stunden während der Schwangerschaft, würden sie Grundlagen vermittelt bekommen beim Singen. Wie sieht so eine Stunde aus bei mir? Wir fangen an mit Stimmbildung. Und dann singen wir. Das kann über Jazz, Pop, Rock, Klassik, das kann alles Mögliche sein. Wenn man selber das Gefühl hat, man kann nicht singen, dann ist auch so eine Barriere da. Man macht sich Gedanken, klingt das gerade gut? Ist das schief? Ist das gut genug? Man ist aber nicht wirklich mit dem Singen beschäftigt. Und wenn man eine gewisse Grundlage hat, dann kann man einfach aus dem Herzen singen. Und da berührt man die Menschen. Und da möchte ich gerne mithelfen.